So, jetzt zeige ich euch auch einmal den Vorteil, was der MEGA und der UNO hat. Und zwar, das ist meiner Meinung nach dieses Bauteil. Das ist eine sich selbst rückstellende Sicherung. Also das ist im Prinzip einfach ein Kaltleiter, der wenn mehr als 500 mA vom USB-Anschluss gezogen werden, dann wird dieses Bauteil halt warm und leitet dann nicht mehr. Und ist im Grunde dann wie eine Sicherung, die sich halt wieder selbst zurückstellt, weil wenn man die Last vom Arduino nimmt, dann kühlt sich das Bauteil wieder ab und er funktioniert ganz normal. So, das kann ich jetzt auch mal demonstrieren. Brauchen wir einmal Strom. So. Ja, ich werde jetzt einfach mal einen Kurzschluss erzeugen und dann seht ihr, was passiert. Dafür nehme ich jetzt mal den 5-Volt-Pin und Ground. Eigentlich müsste ich es jetzt hier rein machen, aber die beiden unteren Pins hier sind auch Ground, einfach damit man es besser sieht und es nicht so ein Gefummel ist. So, also, angenommen, dieses Kabel ist jetzt unsere Testschaltung und aus irgendeinem Grund erzeugen wir nun einen Kurzschluss. So, was ist jetzt? Arduino kaputt? Nein, natürlich nicht, da wir hier unsere rückstellende Sicherung haben. Hättet ihr jetzt ein Nano oder ein Mikro, die diese Sicherung nicht haben, wäre euer Mikrocontroller jetzt hin und, ja, ihr könntet euch einen neuen bestellen. Ja, und dieses Bauteil verhindert, dass eben zu viel Strom gezogen wird und die kleinen Drähte, beziehungsweise der Prozessor an sich kaputt gehen, wenn einfach zu viel Strom gezogen wird. Denn je mehr Ampere, desto mehr Abwärme und, ja, irgendwann halten das die kleinen Leitungen halt nicht mehr durch. So, um das Ganze jetzt mal zu demonstrieren, nehme ich hier meinen Multimeter. Das benutze ich jetzt einfach als Temperaturmessgerät. Und, ja, da werden wir sehen, dass dieses Bauteil Hitze entwickeln wird. So. Moment, das muss man noch raus, dann muss man es auch Celsius stellen. So, dann einstecken. So, und wir haben hier 22 Grad. So. Jetzt sieht man es auch gescheit. Ähm, ja, ich werde jetzt... Eie, ja, das Kabelteil hier. Das ist echt schlimm. Ähm, also ich werde jetzt dieses Bauteil hier messen. Am besten... so, dass man... das auch gut erwischt. So. Das hat jetzt auch Raumtemperatur, also... Ja, ganz normal. Egal, wo ich hier jetzt den Messpunkt ansetze. So, jetzt simulieren wir mal einen Kurzschluss. Und wie man sehen kann, das Bauteil wird heiß. Sobald ich den Kurzschluss wieder wegmache, wird es wieder kalt. So. Also, da hat man gesehen, das ist die sich selbst zurückstellende Sicherung. Und, ähm, ja, die funktioniert auch ziemlich gut für den Arduino. Ähm, was man noch anmerken kann, ähm... So eine Art von Sicherung ist verhältnismäßig, äh, sehr träge. Ähm, allerdings, für den Arduino, äh, langt es völlig und... Durch diesen Schutz kann der halt nicht kaputt gehen, wenn man einen Kurzschluss erzeugt. Und, ähm, das ist die ganze Zeit.